Cassie Hummels, hochbegabt? Ludwig kommt direkt in die zweite Klasse Nächste Woche beginnt für Cassie Hummels Sohn Ludwig die Schule. Wie die Moderatorin jetzt verriet? Überspringt der Sechsjährige die erste Klasse und kommt direkt in die zweite Cassie Hummels ist stolz, Quereinsteiger, Sohnemann Ludwig kommt direkt in die zweite Klasse Aufregende Zeiten im Hause Hummels. Mats, 35, und Cassie Hummels, 36, Sohn Ludwig kommt an die Schule Nächste Woche geht's los und für den Sechsjährigen beginnt damit der Ernst des Lebens. Bei meinem Sohn gibt es keine klassische Einschulung Da er Quereinsteiger ist, er kommt schon in die zweite Klasse, verriet Cassie ihren Followern jetzt, beim Shopping-Trip für Ludwigs Schultüte Denn obwohl er keine klassische Einschulungszeremonie hatte, soll natürlich auch er eine prall gefüllte Schultüte wie jedes anderes Schulkind bekommen Zwar schwärmt die Moderatorin immer wieder davon, dass Ludwig für sein Alter schon sehr schlau sein soll, dass er die erste Klasse überspringt Liegt jedoch nicht daran, dass er hochbegabt ist. Er ist schneller in die zweite Klasse gekommen, als gedacht Dadurch, dass er auch auf eine britische Schule geht, ist das dort alles ein bisschen anders, erklärt Cassie auf Ludwig möchte Fußballer werden, doch sein Vorbild ist nicht Papa Mats Hummels Ludwig ist zwar erst sechs, er weiß aber schon jetzt, was er später einmal beruflich machen möchte Genau wie Mats möchte auch er eines Tages Fußballer werden. Sein Vorbild jedoch ist weniger sein berühmter Papa Sondern vor allem der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi, 37, von dem Ludwig ein großer Fan ist Schon vor zwei Jahren verriet Cassie, ich hatte gestern ein Gespräch mit Ludwig und er hat mir gesagt, er möchte Profi-Fußballspieler werden minus Weil dann kann er immer bis nachmittags schlafen. Damit Ludwig sich aber erst einmal voll und ganz auf die Schule konzentriert Lies sie sich damals zu einer kleinen Notlüge hinreißen, um Profi-Fußballer zu werden, musst du ganz, ganz gut in der Schule sein Wir wünschen Ludwig einen guten Start in den Schulalltag und hoffen, dass er viel Spaß beim Lernen haben wird Verwendete Quelle, Instagram